So, wo ist denn der Knetkopf? Ich habe eben gesagt, der soll um 8 Uhr im Studio sein. Wir haben mittlerweile schon 10 Uhr, Alter. Warte mal. Sprachnachricht. Oh, Alter, das ist doch kein 10 Uhr. Oh, Mann. Jetzt geht es mir wie dir. Ich bin voll strack und lau-famil. Ja, ne. Für mich ist das so gut ausgegangen. Ich habe zwar nichts bezahlt, aber wenn wir zum Fall wie strumm. Hanna, die ist ab. Hanna. 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 Hulliger Welle kommt er. Boah, Alter, was ist denn do schon wieder los? Ich habe doch gesagt, ich komme pünktlich. Ruf mich doch nicht gleich hundertfach an. Wir haben doch gleich gesagt, 10 Uhr. 10 Uhr? Wir haben gesagt, 8 Uhr, so dummer Idiot, hast du schon mal auf dein verficktes Zeiteisen geguckt. Ach so, scheiße. Und wie ich das sehen, du schon gleich aus der Sprachnachricht, wo ich da geschickt habe, wo es mal nicht wirklich gut gegangen ist, gleich wieder was draus bauen, ne? Du warst halt wieder strack wie Strumpf. Da habe ich mal gedacht, komm, mach schon mal was mit dir draus. Komm, mach jetzt doch. Komm, mach ich was, der Beat, der jetzt gut angehört, mach deine gerade an und drauf machen wir gerade was. Deine benutzen wir gerade. Bin ich das ernst? Ah jo, halt Spitz-Eingern, hol mal deine gerade, ne? Solange ich nicht ausraste muss, können wir deine auch weiter nutzen, ne? Gut. Ey, ich bin der Epsi Rüdiger und komm auf der Baustelle an, find ich unsere Natsumi, ja, dann ist er heute dran. Ich sag dem kleinen Wixer, er soll schleppen gehen, denn von nix kommt nix und ganz bestimmt nix von A nach B. Ich bin Rüdiger, ja, ja, Rüdiger, ich bin Rüdiger, ja, ja, Rüdiger, ich bin Rüdiger, ja, ja, Rüdiger, ich bin Rüdiger, ja, Rüdiger, ich bin Rüdiger, ja, ja, Rüdiger. Uah, Alter, ja, weil bräuchst du sauf, es ist so heiß, du ja, beim Studio. Hat der Praktikant endlich mal Bier beigeschafft? Der Praktikant hat Bier geholt, aber... Ah ja, wo ist das Problem? Warum habe ich noch kein kaltes Bier durchstehen? Es ist Bitboy. Schlacht den Praktikant ab, schlag ihn den Spaten in seine Schüttel, denn du ruhig. Schlacht den diese Bixer ab, schlachte ihn ab. Rüdiger im Rage-Mode, schlag ihn tot, überfall ihn mit Gewalt, ja. Rüdiger im Ruhig. Vielen Dank.